Es ist heute ja wirklich ein historischer Tag. Um 22.33 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit, wird zum ersten Mal seit neun Jahren wieder ein bemanntes Raumschiff von amerikanischem Boden aus starten und zwei Astronauten zur ISS bringen. Es ist der Beginn einer neuen Ära der Raumfahrt, der erste Schritt Richtung einer Mondstation, dem Flug zum Mars, eine neue Stufe der Eroberung des Weltalls, wenn Corona nicht noch dazwischen funkt. Hier sind alle Fakten zu diesem spektakulären Raumflug bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es drei Mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Was für ein Tag! Wir hier bei Clixoom Science & Fiction haben diesen Moment seit Jahren entgegengefiebert. Und heute, um 22.30 Uhr hiesiger Zeit, soll er Realität werden, wenn das Wetter mitspielt, wenn nicht, dann wird das epochale Ereignis auf den 30. Mai geschoben. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Endlich gehen wir in eine neue Phase der Raumfahrt. Astronautinnen und Astronauten werden jetzt nicht mehr mit antiquierten Soyuz-Kapseln aus den 60er Jahren zur ISS fliegen, sondern mit der hochmodernen Crew Dragon. Zwar wurde die Soyuz-Kapsel über die Jahre immer weiterentwickelt, aber die Grundkonstruktion blieb. Die Crew Dragon dagegen scheint aus einem Science-Fiction-Film zu entstammen. So hochmodern ist die Raumkapsel ausgestattet. Und Kapsel ist eigentlich das falsche Wort. Sieben Personen haben Platz in dem Raumschiff. Und das Raumschiff wird jetzt auch zeitgemäß mit einem Joystick gesteuert. Man möchte sagen, endlich. Und endlich werden Raumflüge auch bezahlbar. Denn bisher verschlangen Raumschiffsstaats Milliarden. Nur die Russen mit ihren betagten Soyuz-Kapseln konnten es einigermaßen kostengünstig machen. 80 Millionen Dollar pro Passagier wurden von der russischen Weltraumagentur Roskosmos dafür veranschlagt. 60 Millionen sollen es jetzt bei der Crew Dragon sein. Ein Apollo-Flug verschlang noch mehr als eine Milliarde Dollar. Kein Wunder, die Trägerrakete, die Saturn V, gehört mit ihrer Höhe von 110 Metern noch immer zu den größten Raketen der Welt. Ihr Startgewicht lag bei 2.880 Tonnen. Das dreistufige Trägersystem hatte eine Schubkraft von 160 Millionen PS. Und die Saturn V erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 39.000 Kilometern pro Stunde. Zum Mond zu fliegen ist halt nochmal ein anderer Schnack. Aber auch die Space Shuttles, die eigentlich auch wegen ihrer Wiederverwendbarkeit die Raumfahrt endlich kostengünstig machen sollten, waren ein Groschengrab. 208 Milliarden Dollar gab die NASA für 135 Flüge aus. Das waren pro Flug 1,5 Milliarden Dollar. Absurd. Das wird jetzt mit der Crew Dragon anders. Hintergrund ist die Wiederverwendbarkeit der meisten Komponenten. Die Trägerrakete und das Raumschiff kehren wieder zur Erde zurück und sind so robust gebaut, dass sie wiederverwendet werden können. Das ist eine wirkliche neue Ära der Raumfahrt. Und heute um 22.33 Uhr wird sie beginnen. Bob Behnken und Doug Hurley, das sind die beiden erfahrenen Astronauten, die schon das Space Shuttle geflogen haben und jetzt die Crew Dragon steuern. Sie werden mit einem weißen Tesla Model X, wie es sich für SpaceX gehört, zur legendären Startrampe 39A der NASA gefahren. Genau der Startrampe, von der die Apollo-Kapseln vor 50 Jahren Richtung Mond abhoben. Und dann steigen sie aus einem futuristischen Gefährt in ein absolut futuristisches Gefährt. Und das über einen ziemlich futuristischen Gang, den SpaceX und Tesla-Chef Elon Musk an die Startrampe hat bauen lassen. Alles hier strahlt den neuen Geist der Raumfahrt aus. Endlich und wirklich endlich wird hier planmäßig und effizient Raumfahrt gemanagt. Endlich laufen die Kosten nicht mehr dramatisch aus dem Ruder und machen das ganze Unterfangen unrealistisch. Niemand wird heute mehr 1,5 Billiarden für einen Raumflug zur ISS und auch nicht zum Mond ausgeben. Die Zukunft der Raumfahrt ist futuristisch und gleichzeitig ökonomisch. Ein Wahnsinns-Schritt für die Menschheit. Und der ist eben auch optisch und technisch in der Crew Dragon zu sehen. Bis zu sieben Passagiere haben in dem Raumschiff Platz, mehr als auf die ISS passen. Also die Internationale Raumstation. Und auch hier zeigt sich, das Raumschiff wurde für die Zukunft geplant. Mit dieser Kapazität kann eine große Crew auf den Mond gebracht werden. Das Ziel der NASA für 2024. Dann soll dort zum ersten Mal seit rund 50 Jahren wieder eine und dieses Mal eine Astronautin die Mondoberfläche betreten. Und dann soll dauerhaft, ja man kann fast sagen, die Besiedlung des Mondes starten. Erst mit einer Mondstation, die um den Mond kreist und zwar in einer Umlaufbahn, die sich auch immer wieder der Erde nähert, sodass die Station schon in der Nähe der Erde angeflogen werden kann. Und dann ist die nächste Stufe eine dauerhafte Station auf der Mondoberfläche. Da gibt es ja zahlreiche Pläne, wir haben ja vor kurzem darüber berichtet. Tatsächlich ist es so, dass eine Besatzung dort relativ autark leben und arbeiten könnte. Wasser gibt es auf dem Mond in Form vom Eis. Aus dem kann dann Sauerstoff und auch Treibstoff gewonnen werden mit dem Wasserstoff. Und auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln dürfte nach den jüngsten Experimenten in der Antarktis dort problemlos klappen. Und diese Station könnte tatsächlich mit einem Aufzug mit einer Station im Mondorbit verbunden werden. Was ich demnächst in meinem Buch per Aufzug ins Weltall, das im Herbst endlich erscheinen wird, beschreibe. Plötzlich mit dem heutigen Tag rückt die Zukunft ein Stück näher. Plötzlich wird so vieles greifbar nah. Die Besiedlung des Mondes, die erste bemannte Mission zum Mars. Die Raumfahrt steht wirklich vor einem epochalen Schritt in die Zukunft. Dabei sah nicht immer alles so rosig aus. Erst vor ziemlich genau einem Jahr und einem Monat explodierte eine Crew Dragon. Getestet wurden die Booster der Crew Dragon, mit denen die Kapsel im Notfall in der Lage wäre, sich von der Falcon Träger-Rakete zu lösen und selbstständig Not zu landen. Kurz nach dem Start zum Beispiel. Die Explosion war so stark, dass sie damals sogar auf Satellitenaufnahmen zu sehen war. Das Problem ist, dass diese Rettungstriebwerke mit einem hochgiftigen, extrem exklusiven Treibstoff betrieben werden. Es handelt sich um eine hypergode Treibstoffmischung aus D-Stickstoff-Tetroxid und einer Hydrazin-Variante. Die Vorteile solcher Treibstoffe, sie müssen nicht wie herkömmliche Treibstoffe gezündet werden, sondern reagieren sofort miteinander, was sie für ein Notfallsystem zu einem idealen Treibstoff macht. Zudem müssen sie nicht gekühlt werden. Der Nachteil, sie sind eben extrem exklusiv und hochgiftig. Sprich, auch die moderne Raumfahrt ist nicht vor Unglücksfällen und Rückschlägen gefeit. Raumfahrt ist einfach Technik am Limit, Technik an den Grenzen unserer Möglichkeiten und sie wird am lebensfeindlichsten Ort, den wir kennen, eingesetzt im Weltall. Auch die Apollo-Mission musste mit schlimmen Rückschlägen damals kämpfen. Der Anfang der Apollo-Mission war eine schlimme Tragödie. Drei Astronauten sollten einen Monat vor dem ersten Flug der Apollo-1-Mission die Raumkapsel testen. Doch die Ingenieure hatten eine technische Schwachstelle übersehen. Einige werfen der NASA sogar vor im Rennen, um die erste Mondlandung nachlässig geworden zu sein. Denn auch die Russen waren quasi am Start mit der N1-Rakete, die aber dann zwei Fehlstarts hingelegt hatte. Es gab ein Feuer im Cockpit bei der Apollo und der hundertprozentige Sauerstoff in der Kapsel ließ die drei Männer in Sekunden verbrennen. Danach wurde die gesamte Apollo-Kapsel nochmal auf Herz und Nieren geprüft und zahlreiche Änderungen vorgenommen. Auch jetzt bei der Crew Dragon-Mission war das der Fall und sie wurde immer wieder getestet und ständig verbessert. Jetzt sollte also alles wie am Schnürchen laufen und wenn das Wetter eben keinen Strich durch die Rechnung macht, sollte es heute Nacht bzw. in Cape Canaveral in Florida ist es 16.33 Uhr einen Bilderbuchstart der Demo-2-Mission geben. Die Wetterprognose sagt eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für gutes Startwetter voraus. Es ist die zweite Demonstrations-Mission der Crew Dragon-Kapsel und schon die erste Demo-1 war Anfang März 2019 ein hundertprozentiger Erfolg. Zum ersten Mal wurde damals mit der Crew Dragon ein amerikanisches Raumschiff vollautomatisch an die ISS angedockt, ein System dem die russische Weltraumorganisation Roskosmos nicht so richtig vertraute und ihren Kosmonauten, den ISS-Kommandanten Oleg Kononenko, anwies sich hinter vier geschlossenen Schotten in Sicherheit zu bringen. Doch alles lief glatt und die Crew Dragon dockte besetzt mit einer Puppe erfolgreich an. Die gesamte Mission soll jetzt auch genauso reibungslos ablaufen, allerdings fürchtet auch die NASA Corona. Das Virus darf auf keinen Fall die internationale Raumstation ISS erreichen, denn dort könnte ein schwerer Krankheitsverlauf schnell tödlich enden. Die beiden Astronauten Hurley und Benken gingen deshalb am 13. Mai routinemäßig wie vor jeder Mission in Quarantäne. Doch dieses Mal war einiges anders. Aufgrund des Coronavirus wurden einige zusätzliche Schutzmaßnahmen hinzugefügt, beispielsweise werden alle Personen, die während der Quarantänezeit vor Ort sind oder mit der Besatzung interagieren auf Temperatur und Symptome überprüft. Hurley und Benken sowie diejenigen, die in direktem, engen Kontakt mit der Besatzung stehen, werden vorsichtshalber zweimal auf das Virus getestet. Es ist also alles startklar für eine wirklich legendäre Mission und ich werde auf jeden Fall den Start live erfolgen. Ich kann es euch auch nur ans Herz legen, diesen historischen Moment live bei der NASA mitzuerleben. Der Link zum Stream, der inzwischen begonnen haben dürfte oder in wenigen Minuten, der ist hier verlinkt. Also Mission Control, bitte kommen, draufklicken, anschauen und den YouTube-Kanal der NASA abonnieren. Bis dann, bleibt dran!